Lass mich auch mal riechen. Ja, riechst halt nicht so schlimm. Scheiße. Boah, jetzt war ich mal wieder voller Schaum. Ja, das war ekel. Ja. Hey, ich glaub, da ist jetzt so viel Zeug davon, dass er einfach einen abkackt oder so. Du guckst das andere. Du guckst das andere und hattest mir wieder Ruhr aus. Oder nach der üblichen Dünnflotte. Was macht denn jetzt da mit dem Bier? Und dazu noch ein Oettinger, also echt. Was? Was meine ich? Gratuliere, die sind so offen. Wow. Das Zeug ist so abartig. Je länger das versteht, desto schlechter wird es. Was? Das weiß ich doch nicht.